so leute herzlich willkommen zum nächsten part und ich bin immer an immer noch am trinken wir nehmen jetzt und da kata weil ich gerade bock habe dem otakata dann nehmen wir hanzo und wir nehmen keine ahnung in heutiger zeichnung wie heißt er ich habe keine ahnung wie der typ heißt es ist mir auch kata go to kata seno kaisi Ich habe immer die Opponenten. Jetzt doch so, guck das euch an. Wie sie sowas immer können, alter. Jetzt doch so, guck das euch an. Das Spiel, echt. Und ich habe nicht mehr vor, Akro zu werden. Aber es ist wirklich schwierig, wenn man immer verliert. Was ja einige von euch nicht verstehen können, seltsamerweise. Denke ich zumindest. Zumindest sehe ich das immer an Daumen runter und sowas. Aber naja, ist ja egal, wir sehen uns gleich im nächsten Kampf. So, ich habe wieder jemanden gefunden, der gegen mich zocken will. War gleich der erste, den ich da gepickt habe. Wir nehmen jetzt Hinata und Gara und Mai. Ich brauche jetzt nicht sowas wie Hidan oder Kimimaro. Oder so ein Blödsinn. Oder Pain oder so ein Schwartsinn. Muss ich nicht haben. Ich kann auch so verlieren. Sieht man hier. Sehr gut. Sehr gut. Wie kannst du es da haben? zwischen und Eing. Du bist du bist und schiefst. Du bist, und bist du bist. Ich bin ich, aber nicht schiefst. Ich bin ich! Wir nehmen nachher. Du bist du bist. Ich bin, ich bin ich. Du bist zu weitern. Bis zumal. Du bist du bist. Du bist, mit dir sage. Du bist du bist. Doch die ganze Zeit R2 gedrückt gehalten, die hat mich geblockt, haben sie vergessen. Man, Alter, den nervst mich wirklich. Nur am wegrennen diese Leute. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So scheiße, dieser Spast, ey. So kacke, Mann. Der nervt, ey. Kacke, Maru. Echt, Alter. Ich möchte mich doch nicht aufregen, ey. Mann, ey. Einfach so schwierig bei diesem Spiel. Bis gleich. Auf zum nächsten Kampf, Leute. Schauen wir, wie ich jetzt nehme. Ich weiß es gar nicht. Was ist denn noch so schön mit? So, ihn noch mal. So. Inuo. Und den Typen hier. Äh, Jujuro, oder wie der heißt. Ich weiß nicht. Probieren wir das einfach mal. Ich habe jetzt eben gepickt auf meinem Level. Die Typen da scheinen ja alle zu stark zu sein für mich. Oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht einfach nur zu dämlich dafür, oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch sowas noch nicht da. Ich spiele einfach mir nicht. Ich weiß es nicht. Okay, er hört einfach auf zu schlagen. Warum hört er auf zu schlagen? Ich geh da. Ich bin nicht. Okay, wir können das jetzt jours. Was hast du nicht gén Chambers? Guck. guitarist van. Guck. Das war's für heute. Ich verstehe das nicht. Bei den Gegnern klappt das natürlich immer. Wenn ich sowas versuche, dann klappt nichts. Wieso macht der Jutsu? Ich kapiere das einfach nicht. Genau das kapiere ich nicht. Warum? Ich kapiere das einfach nicht. Er kann die ganze Zeit schlagen, canceln und es klappt alles. Bei mir klappt natürlich wieder nichts. Dabei habe ich schon einen overpowereden Sasuke genommen, aber es klappt nicht. Ich rege mich schon wieder auf. Ich kotze mich einfach an. Wie kann man das bei diesem Spiel? Kann mir einer mal einen Tipp geben, wie man sich bei diesem Spiel nicht aufregen kann? Versucht es wirklich. Ich kriege es einfach nicht gebacken. Es ist so schlimm. Zum nächsten Part.